Auf Angriff vorbereiten. Kein Kontakt zum anderen Team. Wir werden angegriffen. Hat jemand den Gegner identifiziert? Nationalgarten, ganz sicher. Und ich glaube, Rainbow ist auch dabei. Oh, fuck yeah. Ich wollte schon immer einen dieser Bastard töten. Jetzt hast du deine Chance. Also, klatter zu und bereit halten. Aufs Eindringen vorbereiten. Aufstellung! 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 Nichts gefunden! Ich war sicher! 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 Vorbereitungen. Beeilung! Bestätigt. Okay, aber kommen Sie schnell zurück. In Position. Aufstellung. In Position. Passt auf, wo ihr hinschießt. Verstanden. Du verarschst mich. Nein, Mann, das ist cool. Du hast eine Klinge am Snowboard und hackst damit den Leuten die Köpfe ab. Oder du spannst Drahtseile zwischen den Bäumen. Es gibt auch einen Cheat, um Leute mit Pinguinen aufzuspießen. Pinguine? Ja, Mann, es ist ein Snowboard-Wettbewerb. Was haben Pinguine mit Snowboards zu tun? Wenn du es nicht verstehst, kann ich es auch nicht erklären. Was stimmt nicht mit dir? Es ist dein Job, Leute zu killen und Sachen in die Luft zu strecken. Ja, aber nicht mit einem Snowboard. Blenden und säubern. Blenden und säubern, alles klar. Er hat keine Granate mehr. Der Klammerleiter! Und es wäre bedroht! Der Jung ist getroffen! Lade nach! Granate fließen! Als Mauten, ihr kommt nicht! Ich bin dabei! Ich brauche Hilfe! Runter! Magazinwechsel! Er ist verletzt! Rette ihn! Kümmere dich um ihn! Sir! Du kannst gehen! Ich bin dabei! 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 Wer ist mit dem Bord auf? Was? Ich bin dabei! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Ja! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Es gibt ein Backup-System. Ein Kontrollpunkt des alten Netzwerks von vor dem Update. Es ist in diesem Gebäude da. Wenn Sie es aktivieren, erledige ich den Rest von hier. Und keine Sorge, ich bin hier sicher. Aktivieren Sie die Notfallprotokolle. Drücken Sie woanders drauf, dann gehen wir alle schwimmen. Position halten. Halt in Stellung.